Herzlich Willkommen zu einem neuen Folge. Let's play World of Tanks. Ähm, ja, irgendwie quacke ich jetzt sogar noch mal ein bisschen doof. Egal. Gut. Fahren noch mal weiter den T-26. Da wollen wir mal schauen. Gucken wir mal letzte Runde mal ganz gut. Mal gucken, ob wir noch mal eine nette Runde kriegen oder zwei. Starten wir einfach ins Gefecht. Ach, mal wieder mal nacheim. Na, schauen wir mal. Hm, MKA ist natürlich nicht so ganz tolle, ne? Hm, zwei mit Premium-Panzern. Das sieht mir mal böse nach Premium-Munition aus. Na gut, kann man auch nix machen. Ja, gut. Ist ja trotzdem da runter. Ist egal. Böse beginnt. Das war's für heute. 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 Oh ja. Oh ja. Okay. Was haben wir denn jetzt? Warte mal. Ist ja egal. Jetzt haben wir vier Gefechte drauf. Jetzt fahren wir mal den Auflad. Fünfte raus. Drauf. Okay. Okay. Machen wir noch. Na ja. Okay. Gut. Warte. 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 Okay. Oh, die kommen dann. Oh, die kommen. Oh, die kommen. Oh, der ist dahinter. Oh, die müssen die da rumfahren. Okay, da muss er aufpassen. Ich muss er aufpassen. Das FCM da ein bisschen rumfahren. Das ist ja schlimm. Das ist nicht gut. Da müssen wir mal die Bots da fahren. Äh, was ist denn da noch? Was ist denn da alles an Bots rum? Was ist denn da alles denn noch Bots? Dann fahren wir mal ein bisschen spazieren. Was ist denn da? Noch ein Dreier. Ich werde ja nur wieder weg. Ah, die blöden Versteckpanzer. Das ist ja das Problem mit denen. Kommt ja nicht drüber. Steht ja überhaupt wieder dahinter, ne? Das ist nur hinterher. Na gut, ist okay. Jetzt haben wir wenigstens eingewonnen. Naja, die kaputten Kanone. Okay. 50.000. 30.000. Gut. Da habe ich dem anderen ja auch noch ein bisschen was verdient. Da habe ich 186. Okay. Ah, jetzt. Das ist gut. Da habe ich wenigstens ein bisschen Kredits verdient. So, jetzt habe ich hier fünf Gefechte drauf, glaube ich, ne? Da habe ich wenigstens zwei von fünf gewonnen. Na gut. Wird noch besser irgendwann. Ich kann ja nicht alles haben, oder? So. Sag dann mal Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Vielen Dank.